Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Sport 1 zeigt die Highlights der diesjährigen Saison der Tagheuer Virtual Bundesliga-Urheberrecht DFL der Hamburger SV trägt in der VBL Club Championship zwei Siege davon. Die Hanseaten arbeiten sich in der Tabelle nach oben. Das E-Sport-Team des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat in der VBL Club Championship dank zweier Siege einen Sprung in der Tabelle gemacht. Das FIFA-Team des HSV setzte sich erst mit 9 zu 0, 3 zu 1, 3 zu 1, 2 zu 1 gegen Hertha BSC durch, anschließend folgte ein 7 zu 1, 2 zu 2, 3 zu 1, 2 zu 1 gegen den FSV Mainz 05. In der Tabelle rückten die Hanseaten mit 67 Punkten auf den fünften Tabellenplatz vor. Klara Spitzenreiter bleibt Top-Favorit Werder Bremen mit 96 Zellern einzig auf der Playstation blieb Janik HSV Testotier. Berg gegen den Mainzer Francesco Bajazzo unterstrich 7, Matzei beim 2 zu 2 der Sieg verwehrt. Gegen Hertha behielten Niklas, Heisen, Heisen und Quinten, Quinten, Pfandermost in allen drei Duellen die Oberhand. Mit dem Sport 1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden, Anzeige Jede Partie besteht aus je einem Einzel auf der Playstation und Xbox sowie einem Doppel. Punkt. Für jeden Sieg gibt es drei, für jedes Römi einen Punkt in der Tabelle. Punkt. 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 Punkt.